Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch wieder am YouTube eingeschaltet habt. Und ja, achso, jetzt müssen wir auch hier jetzt starten. Ja, ich darf heute wieder predigen, das ist schön. Und Jesus hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, nämlich freut euch im Herrn alle Zeit. Und danke, Jesus, dass du mir dieses Thema aufs Herz gelegt hast. Danke, Jesus, dass dir Freude wichtig ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Sinne schärfst, dass wir erkennen und verstehen und hören, was du uns sagen möchtest. Und ich bete auch, Vater, dass du uns die Gnade gibst, das umzusetzen in unserem Leben, in unserem Alltag. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist an diesem Ort. Mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Liebe. Danke dafür. Amen. Also es ist mal wieder dran, über Freude zu sprechen. Und Freude ist wichtig. Es ist Gott wichtig, dass du Freude hast, dass jeder von uns erfüllt ist mit Freude. Und Freude ist ein Erbteil. Freude ist unser Erbteil. Denn Gott ist ein Gott der Freude. Gott hat Freude. Und auch eine Frucht des Geistes zum Beispiel ist die Freude. Das können wir lesen in Galater 5, 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also Freude ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das Leben oder das Reich Gottes, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens oder des Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Römer 14, Vers 17. Nämlich der Heilige Geist wirkt Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das ist das, was der Heilige Geist freisetzt, was er tut. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann sollte eins unserer Merkmale sein, dass wir Freude ausstrahlen. Amen. Ich werfe gleich am Anfang hier mit einer Menge Bibelstellen umeinander, aber ihr könnt das verkraften, ich weiß das. Da geht es nämlich um das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Epheser 5, 15 bis 20, ich hole da ein bisschen aus. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Und verhaltet euch nicht wie die unverständigen Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Salmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dank Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also Paulus gibt den Ephesern die Anweisung, wie sie sich zu verhalten haben. Wie das Leben im Geist aussieht. Und da kommt nicht das Wort Freude drin vor, sondern es ist noch krasser, noch mehr als Freude. Nämlich das Verjubeln sollen, dass sich das im Jubeln ausdrückt. Unter anderem auch im Salmen singen. Also wenn ich keine Freude habe, dann fällt es mir auch sehr schwer zu singen. Also das heißt, Freude drückt sich einfach aus. Und wir leben in herausfordernden Zeiten. War damals schon so, ist heute nicht anders. Ja, und vielleicht stehst du auch gerade vor einer Herausforderung. Oder dir bereitet etwas Sorge. Dann kannst du einfach mal die Frage stellen. Jesus, wie bringst du mich hier raus oder durch? Oder und durch? Wie bringst du mich hier durch? Das hat einen ganz anderen Effekt, als wenn ich mich von der Sorge umschmeißen lasse. Weil ich so einfach sage, hey, ich weiß, Jesus ist an meiner Seite. Und dann kann ich fragen, Jesus, was machen wir denn jetzt in dieser Situation? Und Gott hat gesagt, dass er mit allen Versuchungen und Problemen, die sich uns in den Weg stellen, dass er schon da den Ausweg bereitet hat. Und einer der Auswege ist, mit Freude durchzugehen. Es fällt uns nicht immer leicht. Es gibt wirklich Situationen, da ist einem nicht nach Lachen zumute. Da ist einem nicht nach Freude zumute. Aber wir sollten trotzdem immer wieder gucken, dass wir zu unserer Freude zurückfinden. Dass wir an die Quelle der Freude zurückkommen. Amen. Und vergessen wir niemals, Jesus ist Sieger. Der im Himmel thront, er lacht. Der Vater sitzt im Himmel und lacht. Jesus sitzt an seiner Seite und lacht. Psalm 2, Vers 4. Da Türmen und stoßen und machen die Feinde und die regieren allen möglichen Kram. Und planen und schmieden Pläne, wie wir jetzt hier das Volk Gottes kaputt machen können. Oder Gott vom Drohnen stürzen. Und Gott sitzt im Himmel und lacht. Ja. Gott sitzt im Himmel und lacht. Und das dürfen wir uns auch immer wieder vorstellen, wenn wir in Situationen sind, in denen uns wirklich nichts zum Freuen und zum Lachen zumute ist. Wir können uns dann immer wieder daran erinnern. Und dazu müssen wir die Bibelstellen parat haben. Und ja, seht mal eine andere Situation. Da ging es das Volk Israel, dem war verheißen, dass sie ins gelobte Land kommen. Und Mose hat da mal zwölf Speer ausgesendet. Und die sind jetzt durchs Land gegangen und kamen mit einer Menge Früchte und allem möglichen Zeugs wieder, was so toll war und schön war. Und bei zehn von diesen Leuten war die Freude sehr schnell dahin. Sie hatten zwar immer noch die Früchte da, aber die Freude war dahin. Wir haben sehr viel mehr gesehen, was ihnen dort an Feinden entgegensteht, anstatt zu wissen, dass Gott mit ihnen ist, dass Gott an ihrer Seite ist. Und sie haben diese Freude eingetauscht oder haben sich die Freude rauben lassen, weil sie sich als Versager fühlten und sich nicht fähig dazu fühlten, das Land einzunehmen. Also wir sehen, wenn der Feind es schafft, uns die Freude zu rauben, dann sind wir nicht mehr fähig, Schritte vorwärts zu gehen. Zwei haben es geschafft. Josa und Kaleb, die haben gesagt, hey, wir können das schaffen, Gott ist mit uns. Gott hat uns so ein tolles Land verheißen, wir können das einnehmen, wir können da drinnen leben. Er hat uns das gemacht. Und er ist mit uns, wir können das schaffen. Sie hatten diese Freude, sie hatten diese Freude und diese Gewissheit, Jesus oder Gott ist mit uns. Die anderen nicht. Aber leider mussten auch diese zwei noch eine Weile warten, nämlich 40 Jahre, bis sie dann das Land sehen konnten und einfach auch die Freude über die Früchte und das Glück der Hand einfach erreicht hatten und darin leben konnten. Oftmals ist es so, dass wir, oder es geht mir auch so, ja, aber, Gott hat gesagt, ich soll mich freuen, ja, aber meine Situation ist jetzt gerade echt doof. Ja, aber müssen wir richtig einsetzen in der richtigen Situation. Problem ist da, ja, aber Gott, ja, Gott ist mit mir. Und ich habe mich in diesen Tagen, wo ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich erinnert an eine Prophetie, die mir gegeben worden ist, und zwar in Form eines Bildes. Und da war vor Jahren, da war ich auf einer Konferenz und wir hatten da den Auftrag, Gott zu hören und was zu malen, was er uns sagt. Und eben diese, halt so, und die Frau, die für mich ein Bild gemalt hat, hat einfach ein tanzendes Mädchen oder eine tanzende Frau mit dem Kleidchen gemalt, mit einem Band an einem Stock in der Hand und so umherbedelnd und wirklich Freude versprühen und schrieb dann drunter, du bist mein Freudenbote. Ja, wenn ich meinen Zweifeln zuhöre und in meine Vergangenheit schauen, könnte ich sagen, Gott, du hast jetzt echt die Falsche erwischt. Gott, da hast du die Falsche. Aber Prophetie, Gott, was Gott sagt, ist, was Gott sagt, das ist das, was er in mir sieht. Und das hat er rausgerufen. Er hat nicht die Deprimierte gesehen, die Frau, die mit Depressionen überholt war oder die, ja, irgendwie oft traurig war und keinen Antrieb hatte und so weiter. Aber Gott irrt sich nicht. Ich bin Gottes Freudenbote. Punkt und Amen. Und ihr seid es auch. Ihr seid Gottes Freudenbote. Weil Freude ist ansteckend. Amen. Freude ist echt ansteckend. Und heutzutage, ja, sieht man die Freude relativ selten bei den Menschen im Gesicht, weil sie auch irgendwie vermummt sind. Ja, manchmal sieht man es noch ein bisschen in den Augen, aber man könnte so denken, hier ist irgendjemand am Werk, der die Freude zudecken will. Ja. Aber nee, Freude ist in unserer DNA, Freude ist eines unserer DNA-Bausteine, die in allen Menschen angelegt ist. Und in unseren Gotteskindern soll es umso mehr rauskommen, ja. Und manchmal ist diese Quelle, diese Freudenquelle, einfach nur verstopft. Aber die Freudenquelle ist definitiv da, weil sie angelegt ist in uns. Gott hat gesagt, er hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Und wenn Gott Freude hat, haben wir Menschen das auch. Ja. Diese Quelle ist da. Die Quelle ist da. Und Jesus hat gebetet, kurz bevor er gekreuzigt wurde, in Johannes 17, den Jesus betet, ich komme zu dir. Ich sage alles im Voraus. Ich sage es noch, solange ich hier in der Welt bin, damit meine Freude meine Jünger ganz erfüllt. Amen. Jesus möchte, dass du vollkommen erfüllt bist mit seiner Freude. Es ist nicht die Freude der Welt, die Freude über irgendwelche materiellen Dinge. Da können wir uns freuen, wenn wir es haben. Aber die Quelle unserer eigentlichen Freude ist in Jesus. Amen. Ist in Jesus, ist darin, dass wir errettet sind. Ja. Nehemiah, Vers 8 im Alten Testament. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja. Also weder die Freude am Essen oder am Job oder an der Welt oder an dem Urlaub. Ja. Die Freude, an den Strand zu gehen und sich da in die Sonne zu legen. Ja. Das ist alles nur vorübergehend. Das ist aber, wenn wir das nicht haben, fehlt uns was. Und dann ist es echt doof. Ja. Wenn jetzt in der Situation Menschen in Kurzarbeit sind und dürfen nicht arbeiten. Manche finden das okay. Aber manche, ja, manche haben da echt ein Problem mit, weil ein Stück ihre Identität geklaut wurde. Und dann fehlt ihnen die Freude, ja. Wenn wir aber unsere Freude am Herrn haben. Wenn wir unsere Freude an Jesus haben. Daran, dass er uns errettet hat. Daran, dass sein Blut uns vergeben hat. Dass sein Blut uns reinwäscht. Wenn wir unsere Freude daran haben, dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Das gibt uns Kraft. Das erfüllt uns. Und das kann uns niemand rauben. Das kann uns keine Situation, in der wir sind, keine Situation, in die wir kommen, kann uns das rauben. Ja. Diese Hoffnung auf Ewigkeit. Diese Vorfreude auf die Ewigkeit, mit Jesus zusammen zu sein. Es ist einfach gigantisch, ja. Und vielleicht sollten wir das in schwierigen Situationen uns einfach immer wieder vorholen. Immer wieder sagen, hey, Jesus, unseren Blick auf Jesus richten. Gucken, was hat Jesus am Kreuz vollbracht, errungen. Alles, was uns auf der Erde hier passiert, ist alles temporär. Das gibt es irgendwann nicht mehr. Es gibt irgendwann kein Leiden mehr. Es gibt keine Schmerzen mehr. Es gibt keine Krankheiten mehr. Es gibt keine Rückenschmerzen mehr. Halleluja. Es gibt keine Depression mehr. Es gibt keine Geldnot oder sonst irgendwelche Nöte nicht mehr. Es gibt kein Corona mehr. Halleluja. Ja. Das Freude im Himmel ist Freude im Überfluss. Und wir als seine Kinder, wir als Gottes Kinder sollten Freude im Überfluss haben. Und was passiert, wenn ich etwas übermäßig, überfließend irgendwo reingieße? Ja, das spritzt wieder raus. Das fließt wieder raus. Halleluja. Und so sollten wir hier auf der Erde umherwandeln. Wie gesagt, es ist nicht jeden Tag ganz leicht. Aber wenn wir jeden Morgen an die Quelle gehen oder merken, unterwegs, irgendwie ist mir Freude abhandengekommen. Ich kenne das. Das passiert mir öfters. Dann merke ich einfach, hey, ich muss wieder zurück an die Quelle. Wichtig ist, dass wir es merken und reagieren. Als Jesus auf der Erde umhergezogen ist, er zog die Menschen förmlich an. Die Menschen sind ihm alle hinterher gerannt. Ja, er hatte Kraft und er hat die Menschen geheilt. Und Heilung ist auch etwas, worüber wir uns freuen können. Wenn du jahrelang in Schmerzen umhergebrochen bist, dann ist das Riesenfreude, wenn es dir wieder gut geht. Das reicht schon, wenn man mal eine Woche krank war und nur im Bett liegen konnte oder sich nicht richtig bewegen konnte. Denn da freust du dich, wenn es dir wieder gut geht. Und so war das damals auch. Und Jesu Freundlichkeit und seine Freude, die waren einfach ansteckend, dass die Menschen ihm folgten. Es ist nur so, dass die Menschen Anstoß daran näher nahmen an das, was Jesus dann gesagt hat. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Weil sie sahen nur die Wunder, sie sahen nur das, was Jesus getan hat. Aber Jesus selber als die Quelle hatten sie nicht entdeckt, viele von den Menschen. Und sind dann abgefallen. Und das ist etwas, wo wir einfach Erkenntnis drüber brauchen, Offenbarung brauchen, dass es nicht das Wunder ist, dass es nicht alleine die Versorgung ist, was Jesus uns schenkt, sondern dass er dahinter steht und dass er die Quelle unserer Freude ist. Und wie gesagt, Freude drückt sich aus. Freude ist sichtbar. Ein Lächeln, ein Grinsen, singend oder pfeifend durch die Gegend zu gehen. Das sieht man hier kaum noch. Also ab und zu siehst du es noch bei Kindern. Das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Ich habe gestern wieder ein Video gekriegt von meiner Nichte. Die ist knapp zwei. Und dann läuft sie durch die Gegend und da sind so zwei Metallplatten und unten drunter irgendwie Lochkanalisation oder was weiß ich, was da drunter ist. Und sie randet da drüber und freut sich, was das für Geräusche macht mit ihren Füßen. Legt sich da drauf, trommelt mit ihren Füßen rum. Und ich denke so, ja, pure Freude, pure Lebensfreude. Die sind mit sich und mit dem, was sie haben, einfach zufrieden. Und da habe ich gedacht, ja, deswegen gucke ich mir so gerne Videos von meiner Nichte an. Und es ist einfach immer wieder witzig. Einfach immer wieder witzig, immer wieder schön. Und Sprüche 17, 22 sagt uns, ein fröhliches Herz dient der Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus. Der Feind kommt zu stehlen, zu verderben und zu töten. Jesus aber ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Und Leben in Fülle heißt auch Freude in Fülle. Der Feind versucht uns das einmal wegzunehmen. Und wir versuchen es wieder zu bewahren und wieder zuzuholen. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich kenne Phasen in meinem Leben, an denen ich niedergeschlagen war. Oder jetzt auch zuletzt, wo es mir einfach nicht gut ging. Da war die Freude einfach abhandengekommen zwischendurch. Das zehrt. Und das kriegt man dann auch nicht immer von heute auf morgen komplett zurückerstattet. Sondern es ist wieder ein Prozess, in die volle Freude zurückzukommen. Und ich kann euch nur ermutigen, egal wo ihr steht, egal wie es euch geht, kommt an die Quelle. An die Quelle der Freude, an die Quelle der Kraft, an die Quelle der Liebe. Und es ist ja nicht so, dass wir das jetzt selber irgendwie anstrengend produzieren könnten. Weil alles, was wir mit Anstrengung tun, macht keine Freude. Also wenn ich zum Beispiel, wenn mir die Freude abhanden kommt bei der Arbeit, weil ich gerade irgendwie im Stress bin und es nicht realisiere und mich noch mehr anstrenge, ja, dann kommt die Freude nicht zurück. Das ist einfach so. Punkt. Wir können aber trotzdem uns darin üben, Freude zu haben, fröhlich sein und lachen. Wir können das trainieren, wir können das üben. Das schließt das eine oder andere nicht aus. Und ja, eine ganz große Freude, die ich habe, die wollte ich euch jetzt noch erzählen, ist nämlich, dass ich vor zwölf Jahren, morgen vor zwölf Jahren gerettet wurde. Und das ist mega Freude, weil Gott jetzt mir dieses Thema genau an diesem Wochenende aufs Herz legt, ist einfach bombastisch. Weil einfach die Freude, gerettet zu sein, das ist einfach der Hammer. Und Jesus kann auch Wunder tun oder tut Wunder und erlöst und befreit aus Depressionen von heute auf morgen. Das gibt es, das habe ich erlebt. Aber manchmal, wie gesagt, müssen wir die Freude einfach bewahren und darauf aufpassen, wie auf einen Schatz. Ja, also Freude üben, fröhlich sein üben, lachen üben, das funktioniert. Wie gesagt, ich habe das neulich erst wieder durch. Ja, die Quelle der Freude wieder freilegen. Wie gesagt, es dauert vielleicht ein bisschen, aber das ist möglich. Vielleicht muss man Menschen vergeben, muss selbst Gott um Vergebung bitten, wenn da irgendwas zwischen Gott und mir zum Beispiel vorliegt. Dann kann ich die Freude, die Freudenquelle nicht freilegen, weil dieser Stein vielleicht Unvergebenheit heißt, der da drauf liegt. Und Gott gibt uns mehr, als wir uns vorstellen können und als erbitten können. Also Freude im Überfluss, wie vieles andere im Überfluss übrigens auch. Und Gott wird natürlich nicht ärmer, sondern er hat so viel, da können wir eine Menge an Freude austeilen. Und Lachen, das ist mal so neben Jubeln und Grinsen und Singen und Pfeifen, einfach eine Auswirkung des Fröhlichseins, der Freude und Lachen ist gesund. Lachen ist so gesund, wie ich vorhin eben gesagt habe, Sprüche 17, 22, danke, ist Freude die Wiederherstellung der Gesundheit. Und Lachen ist einfach gut. Gut, Lachen ist Muskeltraining, wusstet ihr das? Also wenn wir lachen, spannen wir ungefähr 80 Muskeln von Kopf bis Bauch an. Allein 17 Muskeln im Gesicht. Viele zählen doppelt links und rechts, beide Gesichtshilfen. Aber es ist richtiges Lachen, es ist richtig anstrengend. Es ist richtig anstrengend, es ist richtig Arbeit, es ist Muskelarbeit. Und wenn du mal so einen richtig lustigen Abend hattest, oder mal so einen Abend in der Gegenwart Gottes, wo du den ganzen Abend nur gelacht hast, wirst du merken, dass du am nächsten Tag Muskelkater hast. Es sei denn, du lachst jeden Tag so viel, dass deine Muskeln das nicht mehr, dir nichts mehr ausmacht. Aber Lachen ist echt gut. Und es wird durch das Lachen einfach die Atmung erhöht. Also es gibt eine schnellere Atmung. Es gibt der Gasaustausch in den Lungen, erhöht sich um ein Dreifaches. Das Zwerchfell, das spannt sich an und dadurch dehnen sich die Lungenflügel. Wenn wir plötzlich lauthals loslachen, pressen wir den Atem stoßartig mit bis zu 100 Stundenkilometern aus. Schau mal, oder? Also so ein richtiger Lachanfall, da gibt es mal so einen Luftstoß von 100 Stundenkilometern. Das halten wir natürlich nicht durch, eine Stunde Lachen in dem Tempo. Aber prinzipiell nimmt die Lunge beim Lachen viel Luft auf. Der Sauerstoff gelangt in die roten Blutkörbchen. Das Herz schlägt schneller. Das pumpt sauerstoffreiche Blut in den Körper, was unserer ganzen Gesundheit förderlich ist, unserem Körper. Und für eine kurze Zeit während des Lachens ist unser Organismus, unser ganzer Körper echt sehr aktiv. Der Stoffwechsel wird angeregt. Und nach der Aufregung des Lachanfalls entspannt sich der Körper wieder. Die Athen weiten sich, der Blutdruck sinkt und es erfolgt. Es kommt dann zu einem Entspannungszustand. Zudem wird Lachen auch medizinisch eingesetzt. Zum Beispiel bei Herzinfarktpatienten gibt es Lachen unter ärztlicher Aufsicht. Unter ärztlicher Aufsicht, damit einfach nichts passiert. Damit die Ärzte einschreiten können, wenn es vielleicht einfach nicht mehr genug Luft reinkommt, weil wir so laut lachen. Nee, aber dadurch verringert sich insgesamt der Blutdruck und es vermindert die Gefahr eines neuen Infarkts. Also und Gott weiß das ja. Mein Gott hat uns Menschen geschaffen. Und er weiß, was uns gut tut. Und deswegen sagt er, freut euch. Habt Freude. Seid erfüllt mit meiner Freude und so weiter. Es gibt jede Menge Stellen in der Bibel über Freude. Also ihr könnt euch alle raussuchen. So, warte mal, wo haben wir jetzt hier? Wir sind ja gar nicht fertig auf der Seite. Also mit dem Lachen kommt das Wohlbefinden. Lachen. Beim Lachen werden Glückshormone, sogenannte Endorphine produziert. Das merken wir dann daran, dass die Stimmung steigt. Ich meine, die Stimmung steigt manchmal, wenn der Alkoholpegel steigt. Ja, aber das ist, ja, hab ich vor uns gelesen, wir sollen uns nicht an Wein berauschen, sondern wir sollen den neuen Wein trinken. Der neue Wein ist nicht der Federweiser oder sonst irgendwelcher im September. Ja, weil das wäre wieder weltlicher Wein. Sondern wir sollen uns an Gott erfreuen. Und erfüllt werden, zur ganzen Fülle gebracht werden. Ja, also, wenn wir lachen, bewirkt es noch was anderes im Körper. Weil wenn die Endorphine freigesetzt werden, wird die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin unterdrückt. Ja, also, das Freudenhormon drückt sozusagen das Lethargie- und Stresssyndrom enorm nach unten. Und es kann nicht von beiden gleich viel da sein. Also eins hat immer die Oberhand. Und, ja, das kann einfach kurzzeitig Veränderungen im Hormonaushalt, kann einfach der Unterschied so stark sein, diese Veränderung im Hormonaushalt kann so stark sein, dass sie auch helfen, Schmerzen zu lindern. Ja, also wenn man mal richtig fett Schmerzen hat, kann man vielleicht einfach auch mal eine Runde lachen. Ja. Und das ist ein ganz natürliches Schmerzmittel. Heiliger Geist, erinnere mich beim nächsten Mal, wenn es mir nicht gut geht. Ja, ich brauche das auch, ich predige das auch für mich. Ja, auch das Immunsystem wird durch das Lachen angeregt, ja, ist klar. Die Antikörper, die wir brauchen für unseren Körper zum Schutz von Bakterien und Viren, werden neu gebildet. Lachen hat jede Menge positive Auswirkungen. Abwehrkräfte werden gestärkt, der Stresspegel sinkt und es bringt einen Hormonschub an Glücksgefühlen. So ähnlich, wenn wir verliebt sind, dann ist auch, rennen wir auch so durch die Gegend, ja, den ganzen Tag. Und das ist einfach, das ist einfach gut, da brauchen wir mehr davon, ja. Lachen regt unser Herz-Kreislauf-System an, unser Zwerchfell, unsere Stimmbänder. Die Gesichts- und die Bauchmuskeln, der, ja, eben Sauerstoff, kommt in den ganzen Körper rein und wir werden letztendlich nach unserem Lachanfall ordentlich entspannt sein. Es gibt ja auch den Ausspruch, übrigens hat das Lachen auch eine Auswirkung in die Beine- und die Blasenregion, weil ihr kennt ja vielleicht diesen Ausspruch, ich habe mir vor Lachen fast in die Hosen gepinkt. Ja, also das ist einfach eine körperliche Reaktion durch das Lachen. Kann es schon mal zu Inkontinenz kommen. Nee, also, Spaß beiseite, trainiert euren Beckenboden auch. Ja, und Lachen ist ähnlich wie Sport. Nur 20 Sekunden Lachen hat eine ähnliche Auswirkung wie drei Minuten noch gerudern. Ah. Ja, Gott ist gut. Halleluja. Wir müssen uns nicht mit Sport abmühen, um unseren Körper und unsere Muskeln zu trainieren. Wir können einfach lachen. Ja, wenn der Satan unsere Freude nicht rauben kann, dann kann er uns nicht zurückhalten. Dann kann er nicht zurückhalten, was uns gehört. Dann kann er uns nicht besiegen. Und dann kann er uns auch nicht in die Irre führen. Lachen ist gesund. Und wenn du mehr Freude willst, dann umgib dich mit fröhlichen Menschen. Ja. Es ist einfach die Sicherheit. Wenn du Freude willst und du triffst dich in der Selbsthilfegruppe zu Depressionen, wird es eher schwierig. Ja. Ich mache mich nicht über die Depressiven lustig. Ich weiß, das ist nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an, aber wir müssen wieder auf die andere Seite und einfach wieder zur Freude kommen. Also dann geh in die Gruppe und steck alle mit Freude an. Hab so einen Ausguss an Freude. Ja, was wir noch machen können, ist natürlich Jesus zu bitten, dass er uns erfüllt mit seiner Freude, den Heiligen Geist einladen. Mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, ja, weißt du, ich habe ja schon so Freude, aber ich kann es irgendwie nicht zeigen. Also ich bin ja schon eigentlich innerlich fröhlich, aber da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang her. Ja, wir müssen das richtig einsetzen. Gott hat gesagt, ich bin fröhlich. Fröhlichkeit ist meine DNA, also bin ich fröhlich. Punkt. Ja. Wir können also Bibelstellen proklamieren, für uns selbst persönlich annehmen und für uns persönlich aussprechen. Das wird eine Auswirkung haben. Wir können uns auch einfach von Spiegel stellen und eine Runde grinsen. Ja. Dann sind wir nämlich, dann der im Spiegel grinst auch zurück, oder die. Das ist auf jeden Fall gut, sind wir schon zwei, die grinsen. Und wenn dir dir noch jemand einwitzt und stehst zu zweit vorm Spiegel, seid ihr schon zu viert. Nee, also. Genau. Ich sage schon, die Freude, die Freude fließt gerade raus. Ich bin gerade. Katzen-Dinos. Ja. Also Tiervideos sind auch immer wieder toll. Videos von Kindern angucken, lustige Videos angucken, was jetzt nicht so geeignet ist, sind so lustige Videos über Schadenfreude. Das eignet sich nicht so doll. Was auch in, ja genau, üben zu lachen. Ja. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Und so Sachen, ja. Einfach wenn man morgens mal nicht so richtig aus dem Bett kommt, einfach mal ha 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 machen. Eine Minute lang. Also irgendwo kommt dann schon beim Hirn an, warte mal, die Person ist jetzt fröhlich. Das kommt im Hirn an. Ich meine, das kommt ja auch im Hirn an, wenn ich mit runtergezogenen Mundwinkeln da sitze. Also muss die Gegenwirkung morgens so meine Mundwinkel antackern. Ja. Morgens meine Mundwinkel antackern. Ja. Dann muss das ja auch irgendwie eine Auswirkung haben. Also genauso wie man kann sich auch morgens vor den Spiegel stellen. Das mache ich ab und zu. Wenn ich so echt gar nicht gut drauf bin und gerade so gepredigt habe, wie jetzt über Freude, fällt mir das leichter, weil es ist präsenter, dass ich dann einfach irgendwelche Faxen mache vom Spiegel und dann fange ich an zu lachen. Ja. Das funktioniert. Müsste mal ausprobieren. Wir können das auch ausprobieren. Also man darf sich auch selber nicht so ernst nehmen. Ja. Und man muss natürlich auch bei aller Freude die Kontrolle loslassen. Ja. Ich kann nicht irgendwo krampfhaft was festhalten und freudig sein. Das funktioniert nicht. Ja. Ich muss das loslassen und dann, damit ich auch entspannen kann. Genau. Ich habe auf meinem Handy auch so lustige Tonaufnahmen, wo ich lache oder wo ich mit Freunden zusammen lache. Da war ich vor ein paar Jahren vor ein paar Jahren mit Leuten von der Reha da haben wir ein schönes Wochenende gehabt und plötzlich kam so eine Lachsalbung. Also wir haben irgendwas gespielt. Eine von meinen Mitmenschen sagte irgendwas Lustiges und ich habe angefangen zu lachen. Und dann hat sich dieses Gelächter über Minuten in dem Raum ausgebreitet und eine, die nicht mitgespielt hat, ich saß so ein bisschen abseits, hat aber den Aufnahmeknopf gedrückt am Ende und so haben wir diese Aufnahme vom Lachen. Und ab und zu unterhalten wir uns und dann denken wir, ey, das war echt eine super Zeit. Manchmal höre ich mir, wenn es mir nicht gut geht, höre ich mir einfach mal diese Lachtonaufnahme an. Es gibt auch im Internet über YouTube von geistlichen Männern, die mit so einer Lachsalbung gerade erfahren und die lachen und das kann man sich angucken, da muss man mit lachen. Also wenn jemand in eine lachende Gesellschaft kommt und muss nicht mit lachen, dann ist echt alles verloren. Also irgendwann ist Lachen echt ansteckend. Mit Kindern lachen sowieso, mit Kindern sich freuen und ja, selbst David tanzte vor Freude von dem Herrn auf der Straße im Unterhemd. Im Unterhemd! König David auf der Straße. Ja? Das war, der hat alle Kontrolle losgelassen, dem war es egal, was die Menschen denken, dem war es egal, was seine Frau denkt. Er hat es einfach nur gemacht, weil er sich gefreut hat. Da hat er einfach alles, seine ganzen Gewänder und alles, was ihn irgendwie gestört hat beim Pansen, hat er einfach mal weggeschmissen, ja? Es war einfach zu schwer, da konnte man nicht richtig tanzen und ja? Und wenn wir auf der Straße sind und haben Freude, dann soll es uns total egal sein, was die Menschen um uns herum denken. Wenn wir zum Beispiel im Auto fahren und singen irgendwo mit, singen die mit oder lachen oder das auch immer, wenn da manchmal jemand vorbeifährt, denkst du auch, was hat denn der jetzt gerade gedacht, weißt du mir jetzt, was ich jetzt mache? Vollkommen egal. Vollkommen wurscht. Ist doch wurscht, was die anderen denken. Wenn es jemand ist im Auto, den sehe ich noch, sehe ich gar nicht wieder. Vielleicht habe ich ein bisschen Freude freigesetzt, wäre doch schön. Ich habe jetzt auch bei mir im Haus eine Witwe, eine ältere Dame, die letztes Jahr einen Mann verloren hat. Ich habe sie heute Morgen wieder gesehen. Die Frau hat, seitdem ich sie jetzt immer mal getroffen hat, ist sie richtig aufgeblüht. Also sie lacht wieder. Also sie freut sich und lächelt mir zu und winkt mir. Das hat sie vor einem Jahr, als ihr Mann noch lebte, noch nicht gemacht. Also irgendwas hat das momentan Freude freigesetzt, auch in ihrem Leben. Es ist einfach gigantisch, diese Veränderung und die Auswirkungen zu sehen. Ich liebe das. Ich liebe das. Meine Kolleginnen zum Beispiel, die kommen gerne zu mir. Doreen, bei dir ist schön. Auch in der Phase vor einem Viertel, bis zu einem Vierteljahr, irgendwann sagte ich dann irgendwie zu meiner Kollegin, du, wir müssen mehr lachen. Wir lachen in letzter Zeit zu wenig. Ja, stimmt. Und selbst in dieser Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo ich nicht so viel Freude hatte, wo ich erschöpft war, wo ich müde war und so ein bisschen niedergedrückt und niedergeschlagen, die kamen trotzdem noch zu mir. Also muss trotzdem noch irgendwas in mir sein und an mir sein, dass es die Leute zu mir zieht. Das fand ich phänomenal. Dachte ich, okay Gott, so schlimm kann es noch nicht sein, ist noch ein bisschen was da. Ich spüre es zwar nicht, aber irgendwo ist die Quelle noch da und es pluppert noch was hoch. Und das ist echt gut. Wir können zum Beispiel auch lachen über die Lügen des Feindes. Das ist ganz wichtig, weil Gott macht ja auch nichts anderes. Er sitzt im Himmel und lacht über die Pläne des Feindes. Und der Feind ist nun mal der Vater der Lüge. Also können wir über Lügen lachen. Also, ja, das schaffst du nie. Einfach mal diese Lüge weglachen. Da würde der Feind sich ganz schnell fotonisieren, weil er sagt, das macht dir aber keinen Spaß. Das macht mir jetzt hier keinen Spaß mehr mit dir, dass ich dir hier die Freude rauben kann. Warte mal, ist mir eigentlich meine Seite. Mir fehlt was. Ich finde es. Ach, hier ist es. Ach, ja, ja. Ja, ja, hier ist die Seite. Genau. Ja, einfach über die Pläne und über die Lügen des Feindes lachen. Wie gesagt, ganz am Anfang, ja, Jesus, wie bringst du uns jetzt hier raus? Damit verhöhnen wir eigentlich schon den Feind, weil wir ihm nicht so viel Macht geben, weil wir ihm die Macht wegnehmen und Jesus geben. Sagen, Jesus, du hast alle Macht. Jesus, du bist der Sieger. Ja, das ist cool. Man kann sich auch, um nochmal zu dem hinzugehen, was kann ich denn machen, um mich vielleicht daran erinnern, dass ich Freude haben sollte oder Freude lachen sollte oder was auch immer. Also ich zum Beispiel habe jetzt in meinem Wohnzimmer wieder meine Bildergalerie neu geordnet und da habe ich über die Couch ganz oben ein gelbes Bild mit Freude, das sind die Buchstaben Freude und die tanzen und springen und hüpfen auf einem richtig knallgelben Untergrund. Man kann das Bild nicht angucken und schlecht gelaunt bleiben. Das funktioniert einfach nicht, weil diese Buchstaben einfach durch die Gegend hüpfen. Und unten drunter habe ich ein Bild, das habe ich vor, ja, vor ein paar Jahren gemalt, vor 2012, 2012 so in diesem Zeitraum etwa. Und das Bild habe ich prophetisch empfangen, das heißt so viel wie, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz und mein Becher fließt über. Und dieses Bild hängt unter der Freude, also es ist jetzt Liebe, die in mir ausgegossen ist, aber auch Freude, die in mir ausgegossen ist und sie sprudelt über. Das sind jetzt gerade die Bilder, die ich bei mir im Wohnzimmer habe. Immer wenn ich in Richtung meiner Couch gehe, muss ich auf diese Bilder gucken. Also ich erinnere mich da selber dran. Ich habe noch ein paar andere Bilder, da steht auf Englisch Lachen drauf. So immer mal so diese Dinge und dann erinnere ich mich wieder, ja, habe ich heute schon gelacht? Nö, dann machen wir jetzt. So kleine Erinnerungen. Man kann auch Bibelstellen sich irgendwo hinhängen oder was auch immer, irgendwo eine kleine Erinnerung. Vielleicht ein lustiges Foto, wo man mal war, wo man echt viel Spaß hatte. Also es gibt vielerlei Möglichkeiten. So, gut. Also Lachen. Es gibt dieses Lachen im Geist, diese Lachsalbung, von der ich vorhin schon kurz angerissen hatte. Das ist eine Manifestation der Gegenwart Gottes. Und Lachen im Geist ist Befreiung. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Zum Beispiel, als dieser Jahreswechsel von 2019 auf 2020, da war ich alleine, habe Jesus gelobt und gepriesen und meinen alljährlichen Jahresabschluss und Jahresanfang gemacht. Und dann so kurz vor Neujahr hatte ich so eine Lachsalbung empfangen. Also ich habe gelacht. Ich lag alleine in meinem Wohnzimmer auf dem Boden und habe mich gekrümmt vor Lachen. Ich habe dann später eine Schwester angerufen, dann haben wir gemeinsam gelacht. Ja. Und ja, wenn wir jetzt rückblickend schauen, was hat das Jahr 2020 gebracht? Ja. Und was hat Gott vorher in mir freigesetzt, damit ich durch dieses Jahr gut durchkomme? Das ist super. Und am Anfang, wie das losging mit Corona und so weiter und die Menschen total nervös waren und unruhig waren und ich war noch voll erfüllt mit der Freude. Ich denke immer noch, wird schon. Gott ist doch hier. Also es ist, ja wie gesagt, zwischendurch hat es der Feind dann doch geschafft, mir die Freude zu rauben. Ja, ich bin nicht ganz heil durchgekommen. Das zeigt mir einfach, hey, ich muss auch daran arbeiten, meine Freude zu behalten und sie nicht zu konservieren, sondern immer wieder rausfließen und neu nachfließen zu lassen. Ja, also die alte Freude von gestern funktioniert auch nicht immer. Die neue ist besser, der neue Wein. Ja. Und ja, und wenn du so eine Manifestation der Gegenwart Gottes in einem Zuhause hast, da kannst du freien Lauf lassen. Ja. Wenn du aber so eine Manifestation Gottes hast, in der Versammlung, ja, wo es häufig so ist, dass die Menschen weinen und das als normal angesehen wird und dann lacht man, da muss man echt alle Kontrolle loslassen. Ja. Also ich war schon auf solchen Lachsessions. Es gibt einfach Männer und Frauen Gottes, die setzen das so frei. Da ist eine Freiheit zum Lachen, das ist einfach phänomenal. und da passiert einfach ganz viel Freisetzung, ganz viel Befreiung und einfach eine Erneuerung. Genau. Also ich denke da gerne zurück, aber wie gesagt, ich übe mich auch heute im Lachen. Ich übe und lächle mit dem ganzen Gesicht und ja, was auch heutzutage in diesen Zeiten mit Maske und so weiter immer wichtig ist, dass wir einfach laut lachen, weil wie gesagt, wenn wir nur lächeln, fällt das den wenigsten Menschen auf. Also manche sehen es schon, es ist auch trotzdem ansteckend, es verändert die Atmosphäre, aber noch mehr verändert es die Atmosphäre und holt die Menschen aus ihrem Mimimi raus oder aus den Sorgen, aus den Nöten. Nee, ich rede, mach mich nicht lustig über die Sorgen, Nöte. Aber es holt die Menschen einfach ganz anders raus. Und das geht einfach über eine andere Ebene. Lachen geht über eine andere Ebene. Man kann mit den Leuten reden, man kann ihnen das Evangelium erzählen, aber wenn man fröhlich ist, dann verbreitet man automatisch das Evangelium. Also gestern Abend habe ich übrigens daran gedacht, ich möchte heutzutage kein Nachrichtensprecher sein. Ich bin lieber ein Botschafter der frohen Nachricht. Ja, weil ich mir dann dachte, ey, diese Nachrichtensprecher reden den ganzen Tag nur von Mord und Totschlag und wie schlimm alles ist. Also wenn die abends erfrischt nach Hause gehen, weiß ich auch nicht. Also ich glaube es nicht. Also wie gesagt, nur mal so, fiel mir gestern darüber ein, dachte, danke Jesus, dass ich ein Botschafter der frohen Nachricht bin. Das ist echt gut. Danke Jesus, dass ich nicht die Nachrichten hier referieren soll, sondern dass ich über Lachen reden darf und einfach über die Freude. Genau. Freut euch, abermals sage ich, freut euch, sagt Paulus irgendwo in den Briefen an die Gemeinden. Also entweder waren diese Gemeinde, diese Truppe echt eine ernste Truppe oder sie hatten jede Menge Anfechtung. Und egal, wie es uns geht, egal, was vor uns ist, wir dürfen uns immer wieder rückbisschen auf Jesus, wir dürfen uns immer wieder freuen. Wir dürfen unsere Freude zeigen, singen, lachen, tanzen. Einfach, wenn es so ist, mal über die Straße hüpfen. Weil die Freude muss ja irgendwo hin. Also kleine Kinder, die fangen dann an zu hüpfen und Räder zu schlagen oder irgendwas. Aber wir Erwachsene, wir tun uns da echt schwer. Ich meine, bei mir wäre das auch eher so ein Rollen, aber... Ja, nimm dich selbst nicht sehr ernst, ja. Ich mache Witze auf meine Kosten, das ist gut. Genau, also, wie gesagt, lasst uns, lasst uns unser Leben genießen, lasst uns freuen, lasst uns lachen, lasst uns mit unserem Vater im Himmel lachen, über die Pläne des Feindes, ja, lasst uns einfach in die Vorfreude hineinkommen und wirklich diese Freude raus aus uns ausspulen, die wir in der Ewigkeit haben, die Vorfreude auf die Ewigkeit, das ist einfach das, was uns heutzutage wahrscheinlich, wie auch damals, ja, zu Paulus Zeiten war das Leben auch nicht schön, ja, und trotzdem hat Paulus gesagt, hey, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch, ja, in diesem Sinne bewahrt eure Freude, ja, lacht, übt das Lachen, wie gesagt, stellt euch vor den Spiegel und macht mal ha 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 oder ho 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 oder hi 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 ja, solange bis ihr wirklich richtig ins Lachen kommt, ja, also, seid gesegnet und wie gesagt, bewahrt eure Freude. Amen.